Ja, Philipp, ich brauche relativ viel zu sagen. Glückwunsch, 751, weiterhin umgeschlagen im neuen Jahr. Heute hat es auch gegen Wolfgang Lüttel geklappt. Dein Falsi? Ja, ich bin total glücklich, dass wir endlich mal ein relativ souveränes Spiel hatten. War mir vorher nicht so klar. Auch gerade vor der Kulisse dachte ich, dass den Jungs schon ein bisschen die Knie schlossen. Aber haben sie überragend mitgenommen, sind super ins Spiel gestartet. Die erste Halbzeit war wirklich auch echt guter Basketball an beiden Seiten, denke ich. In der zweiten war dann irgendwann ein bisschen die Spannung raus. Aber so oder so, wir haben es jetzt geschafft, jedes Team in der Liga einmal zu schlagen. Ich würde sagen, der Hype in Münster ist unfassbar. Ich kann mich nur bedanken. Ich glaube, die Jungs genießen es auch einfach. Und das haben sie sich nach den Wochen im Osten eben auch verdient. Und ja, richtig cool, relativ entspannt und wir sind sehr stolz drauf. Philipp, vielen Dank, Feierschaft. Machen wir, Dankeschön.